herzlich willkommen zu furchtlöscher die junge dame saß da und fing an sich auszuschütten darüber wie schlecht sie eigentlich sei und sie verurteilte sich selber bis ich irgendwann dachte jetzt muss ich sie mal unterbrechen und las ihr folgenden bibelfest vor der in erste johannes 3 vers 20 steht denn wenn unser herz uns verdammt ist gott größer als unser herz denn er erkennt alle dinge ich will dir das sagen wenn du zu gott kommst musst du dich nicht klein machen du musst nicht zergrübelt und zermatert vor gott sein und dich selbst erniedrigen mit allen möglichen selbst vorwürfen und schuldkomplexen nein das ist gar nicht nötig der schreiber will im busch der vater von max und moritz er kämpfte oft mit depressionen und er hat etwas total klar auf den punkt gebracht und erklärt und das ist so mega schön dass ich dachte ich muss es hier mal zitieren er schreibt die selbstkritik hat viel für sich gesetzt den fall ich tadle mich so habe ich erstens den gewinn dass ich so hübsch bescheiden bin zum zweiten denken sich die leute der mann ist lauter redlichkeit auch schnappe ich drittens diesen bissen vorweg den anderen kritik küssen und viertens hoffe ich außerdem auf widerspruch der mir genehm so kommt es dann zuletzt heraus dass ich ein ganz famoses haus wir lächeln über diese spitze zunge aber was er damit glänzend darstellt ist wer sich selber klein macht ist oft dabei ist so heimlich um die gunst der anderen zu buhlen dieser mensch hofft auf rücksicht und anerkennung nein leute so ein lebensstil des selbstbetruges haben wir als christen überhaupt nicht nötig du bist geliebt und dir ist vergeben gottes barmherzigkeit triumphiert in deinem leben du kannst dir die ganzen selbstverwürfe sparen sondern die wertschätzung gottes annehmen du bist ein königskind und ihr lieben das will ich noch dazu sagen auch diese ganzen komischen märtyrer komplexe brauchen wir als kinder gottes nicht ich sehe diesen mann noch vor mir total verbittert wie er mir sagt ich habe mich immer aufgeopfert für meine gemeinde für meine arbeit für meine familie und ich habe immer alles gegeben was habe ich bekommen nur undank geerntet und ich dachte mein lieber freund wofür hast du gearbeitet du wolltest für deine leistung anerkennung du wolltest für deine leistung geliebt sein und als ich diese erwartung bei den anderen nicht erfüllte wurdest du bitter leute echte liebe ist nicht enttäuscht echte liebe erwartet keine dankbarkeit echte liebe schenkt einfach ist kein vertrag wie du mir so ich dir nein liebe will den anderen satt machen will ihn stark machen will das leben des anderen reich machen in erster korinther 13 vers 3 heißt es und wenn ich alle meine habe den armen geben würde und auch noch mein leib dazu geben würde ich hätte die liebe aber nicht es wäre alles völlig umsonst christus gab sich aus liebe und alles was du tun musst ist dieses geschenk annehmen und dann dankbar sein du bist ihm so kostbar lern das neu liebe verschenkt liebe gibt sei gesegnet vielen dank dass du uns zugesehen hast wenn du mit dieser art von predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest dann würden wir uns freuen wenn du uns bei better place punkt org oder direkt per überweisung helfen könntest vielen dank mich einde mich und mich ich ich mich mich ich Untertitelung des ZDF, 2020